Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Hundswut. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite ist die Theresia. Hallo Theresia. Theresia, könntest du uns mal richtig urbayerisch begrüßen? Servus miteinander. Das kenne ich ja sogar, ich als Rheinländer. Theresia, wir beide sind zusammengekommen, um einen, ich würde sagen, sehr besonderen Film zu besprechen, nämlich den eben schon erwähnten Hundswut, der in einigen Kinos schon läuft, weil er in einer Art Kinotour ist, aber am 4.4., zumindest das ist unser Wissensstand, auch breitflächiger in die deutschen Kinos kommen soll. Es ist eine, ich weiß, jetzt muss ich aufpassen, soll ich sagen, deutsche Indipendenproduktion oder soll ich besser sagen, bayerische Indipendenproduktion? Was ist dir lieber? Ich glaube, beide stirbt es ganz gut, ich glaube, wir sollten dabei bleiben. Okay, ja. Es ist ein Film von einem Regisseur namens Daniel Alvarenga, der hat auch bei der Produktion mitgewirkt, das Drehbuch geschrieben. Was hat er nicht gemacht, ist die Frage, er hat es Casting gemacht? Genau, ja, ja, genau, genau. Ich glaube wirklich, dass der werte Mann fast alles gemacht hat, das ist natürlich übertrieben und wenn man sich so ein bisschen die Webseite von dem Film ansieht, merkt man auch, dass er wirklich sehr viel Unterstützung hatte, aber man muss wirklich sagen, ich glaube, der Mann hat wirklich viel, viel Herzblut und Arbeit in den Film gesteckt, das kann man, glaube ich, schon mal sagen und ihr könntet, wie gesagt, ab dem vierten, vierten sehen, wir konnten ihn jetzt schon sehen, leider nicht im Kino. Ich habe tatsächlich schon gehört, dass der in bayerischen Kinos wohl durchaus auch viele Leute angezogen hat, das spricht natürlich für den Film und vor allem für deutsche Indipendenproduktion. Jetzt aber müssen wir uns immer darüber unterhalten, ob wir den Film mochten oder nicht und bevor wir das machen, müssen wir klären, worum es geht und Theresia, kannst du uns einen groben Abriss machen, was erwartet ein Handlungstechnisch, wenn man in Hunsfut geht? Ja, man kriegt auch nicht Tollwut, was ja irgendwie ein anderes Wortanschein ist für Hunswut. Ja, es geht um ein Dorf in den 1930er Jahren und da werden auf offensichtlich ziemlich bestialische Weise vier Jugendliche umgebracht und der, sage ich jetzt mal, Gemeinderat versucht, dafür eine Lösung zu finden, weil Polizei und so, wie es wir kennen, gibt es halt noch nicht und dann macht man auch einen Übeltäter aus und weil man ja so modern ist, holt man wie früher den Hexenhammer raus, um zu versuchen, den ihrer Meinung nach Schuldigen auch zu einem Geständnis zu bewegen, was manchmal ziemlich ungemütlich werden kann, sage ich jetzt mal. Ja, das stimmt, vielen Dank. Es ist tatsächlich inspiriert, habe ich jetzt mir angelesen, von einem der letzten bekannten Hexenprozesse und der Film spielt halt, weil das fand ich auch ganz, ganz krass, weil ich dachte immer so, ja, Hexenverbrennung, Hexenprozesse, da haben die doch 1700 irgendwas mit aufgehört, oder? Nee, der Film spielt 1932, also wirklich kurz vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten und auch kurz vor dem Zweiten Weltkrieg und das ist eigentlich schon eine Zeit, wo ich dachte, dass sowas wie Hexenhammer und so eigentlich ad acta gelegt wurden, aber nein, das ist immer noch. Also muss man sagen, die Figuren, die finden das teilweise auch nicht so geil, also es ist nicht so, dass das ganze Dorf sagt, gute Idee, hol den Hexenhammer raus, aber dadurch speist sich ja auch, wie ich finde, ein Großteil der Intensität und der Spannung durch diesen Konflikt, den wir da haben. Es gibt ja wirklich die einen in diesem Dorf, die sagen, Leute, was ihr da gerade macht, ist einfach nur Schwachsinn und idiotisch und es gibt halt eben Leute, die halten das für sehr, sehr richtig und alleine da mitzusehen, wie unfair das ist und welche große Ungerechtigkeit da passiert, ich möchte nicht sagen, dass ich das unterhaltsam finde, aber ich werde da immer mit reingezogen. Ich sitze dann immer so vor dem Film und denke mir so, boah, diese verdammten, wie ist es da bei dir? Das war wirklich wieder so ein Film, da wo ich am liebsten hingegangen wäre und denen so eine gescheuert hätte und gesagt hätte, was macht ihr hier für einen Blödsinn, ihr seid doch nicht mehr ganz normal. Weil, also einerseits, es gab eine Szene, da hat mir dieser Gemeinderat, der das beschlossen hat, fast irgendwie leid getan, weil es ist halt ein Dorf in irgendeiner Abgeschiedenheit, da gibt es halt keine Polizeispurensicherung, DNA-Beweis und so, das kam ja alles erst viel später. Und zu der damaligen Zeit hat man sich auch ungern quasi dann an die nächsthöhere Instanz gewendet, was jetzt in dem Fall ja München gewesen wäre und wollte halt keine, sei es mal, ausfertigen im Dorf, die einem halt dann erzählen, was richtig und falsch ist. Und deswegen haben die ja versucht, selber eine Lösung zu finden, aber da haben sie halt sozusagen wirklich die Büchse der Pandora geöffnet, weil nachdem sie damit angefangen haben, mit dem Hexenhammer, sie konnten nicht mehr zurück. Und jeder, also ich habe direkt auch wirklich ein bisschen mitgelitten auch mit denen, die diesen Schwachsinn angefangen haben, aber ich habe eigentlich immer nur mit dem Kopf geschüttelt und war ziemlich sauer. Ja, ja, das funktioniert tatsächlich auch sehr, sehr gut in dem Film, also man ist immer so ein bisschen fassungslos. Wo ich auch fassungslos war, aber eben auch in einem guten, war halt, welche Besetzung sie bekommen haben. Auf der einen Seite war ich ein bisschen fassungslos, weil da eben auch Leute auf der Besetzungsliste standen, wo ich so für mich schon so ein Bild vor Augen hatte. Und ein bestes Beispiel dafür ist halt Christine Neubauer, die ich immer so asoziiere mit so, ja, Heimatfilmen, die Sonntagabend im ZDF laufen. Aber Christine Neubauer wurde hier auch, ich finde, schon ein bisschen anders besetzt als sonst, also so wie ich sie wahrnehme. Und sie hat sogar den Film mitproduziert. Okay, ja, vor allen Dingen muss man sagen, also hier, sag ich mal, gibt es so ja die starken Frauen, weil die Frauen sind irgendwie so ein bisschen, die verkörpern einen im Film so ein bisschen das Menschliche. Es gibt halt quasi so einen Frauenstammtisch, die halt versuchen immer noch irgendwie das Ganze abzuwenden. Aber keiner von den Männern möchte halt irgendwie den Rückschritt machen und sagen, nö Leute, ich glaube, wir hören jetzt damit auf. Es ist schon, es ist so dieses, so, eigentlich könnten sie was tun, ja, aber sie schaffen es dann doch nicht. Irgendwie so diesen einen Schritt noch zu gehen, das kriegen sie nicht hin. Das ist die große Tragik des Films. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber irgendwann war mir auch klar, okay, das wird böse enden. Also die Frage ist halt nur, wie böse wird es enden? Und ich möchte hier nichts vorweg verraten, aber am Ende macht der Film ein wenig Gefangene. Ja, also was ich halt auch dazu sagen muss, ist, es gibt ja quasi wirklich diese, also diese Morde an den Jugendlichen. Und es wird halt, das Problem, was die halt haben, ist, sie haben jetzt hier quasi nur einen Verdächtigen. Also es gibt weder Beweise dafür noch gegen seine Schuld, aber quasi sie haben ihn halt schon vorverurteilt. Also man kann quasi immer noch irgendwie mit überlegen oder mit raten, war er es oder war er es nicht. Und man weiß aber auch definitiv, weil ihm wird ja dann nachher eine Litanei an Verbrechen zur Last gelegt. Also irgendwie so alles, was die letzten Male so in dem Dorf passiert ist. Und als Zuschauer weiß man aber bei bestimmten Sachen, das war er nicht. Ohne jetzt zu viel zu sagen. Aber das finde ich auch ganz spannend, dass sich ja da, dass so der Film keine endgültige Lösung bietet, ob dieser Todesfälle von den Jugendlichen. Ja, also er hat auch wirklich, wie ich finde, ein bisschen Mystery mit drin. Also jetzt nicht so, dass ich sage, das ist jetzt irgendwie historisches, bio-warisches Akte X, so weit geht es jetzt nicht. Aber ich mochte es auch ganz gerne, dass der Film so ein bisschen auch halt keine klaren Antworten liefert, was mich so ein bisschen an diesen legendären Mordfall Tannöd auch erinnert. Ich weiß nicht, ob die Macher sich davon jetzt so deutlich inspiriert haben lassen, aber er hat mich auf jeden Fall daran erinnert. Ich würde gerne nochmal zurückgehen zur Besetzung, weil ich es halt wirklich beachte, ich finde, wer da alles vor der Kamera stand. Und vor allem, dass es eine Besetzung ist. Also ich finde, von denen, ich würde mal sagen, vielleicht ein Dutzend bis 20 Schauspieler, Schauspielerinnen, die ja vor der Kamera stehen, habe ich über die Hälfte, kenne ich. Also vom Gesicht her, das sind einfach bekannte Gesichter. Vielleicht nicht Namen, aber echt Gesichter, die wir mehr als einmal gesehen haben. Und ich finde es echt auch schön, dass sie so ein bisschen, ja auch mal so gegen ihre Erwartungen besetzt sind. Also wie gesagt, es hat schon Christian Neubauer, wir haben auch Christian Tram mit dabei. Wir haben Max Schmidt, den ich hauptsächlich aus den Eberhofer-Filmen kenne. Und ich sage dir eins, ich werde nie wieder, ich möchte nicht, dass Eberhofer bei Wolfies Wirtshaus mehr trinkt. Das kann ich nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren. Lieber Eberhofer, lass Wolfies Wirtshaus bitte aus beim nächsten Mal. Also besetzungstechnisch ist das ganz, ganz toll. Und die, finde ich, die spielen auch alle wirklich richtig famos. Ich muss halt sagen, ich muss halt da über meinen eigenen Schatten springen, weil da eben Schauspieler und Schauspielerinnen dabei sind, die ich irgendwo anders halt zugeordnet habe. Deswegen muss ich mich erstmal damit, ich nenne es mal akklimatisieren, dass jetzt ein Christian Tram, das halt eben nicht war, lustig ist oder nicht so einen schusseligen Kleinstadt-Bullen spielt, sondern jetzt einfach mal wirklich eine ernste Rolle hat. Das hat aber nichts mit der Qualität ihres Spiels zu tun, das hat einfach was mit meinen eigenen Erwartungshaltungen zu tun. Und ich hatte das Gefühl, dass ich das relativ schnell auch abschütteln konnte. Wie war es da bei dir? Das ging auch ganz gut. Ja, man muss sich daran gewöhnen. Also bei mir ging es genauso, also hauptsächlich bei Christian Tramitz und bei Max Schmidt musste ich mich so umstellen, dass er jetzt nicht die Rolle spielt, die mir so eng gebrannt ist. Aber es ging auch relativ zügig bei mir, dass ich das abgeschüttelt habe, mich dann wirklich auf den Film konzentrieren konnte. Und ich finde schon, so schauspielisch gespielt fand ich den wirklich von allen großartig. Also haben sie sich sehr viel Mühe gegeben. Ich weiß nicht, also ich muss jetzt hier die Frage stellen, weil ich glaube, wir haben es noch nicht angesprochen. Also ich meine, der Film spielt in Bayern und ist eine bayerische Produktion, aber er ist auch sehr deutlich in der Sprache bayerisch. Also ich weiß halt wirklich nicht, wie der dann beim großen Publikum ankommt. Ich glaube, in Bayern ist es sehr gut vermutlich. Aber ich glaube, zum Teil werden die Leute damit Schwierigkeiten haben. Ja, also ich bin ja Rheinländer. Ich habe jetzt dank des Telestammtüchs und dank der Eberhofer-Filme, die ich ja auch sehr schätze und mag, schon so ein bisschen Kontakte geknüpft mit dem bayerischen Film, nenne ich es mal. Aber ich bin jetzt auch kein Muttersprachler, nenne ich es mal so. Und ich hatte aber kein Problem damit. Ich finde, du verstehst eigentlich alles. Und die Sachen, die du nicht verstehst, sind meistens so Ausdrücke, wo du dir alleine vom Kontext der Szene oder der Situation relativ leicht ableiten kannst, was es bedeutet. Es ist ins bayerische Schimpfwörter. Genau, genau. Also wenn da jemand so ein bayerisches Schimpfwort sagt und jemand vor die Füße spuckt, ist mir ja relativ klar, ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, aber ich nehme mal an, von der Bedeutung her bedeutet es so viel wie verdammt oder du Idiot oder du Arschloch oder so. Deswegen ja, der Film ist bayerisch durch und durch, aber ich finde, A, tut es der Atmosphäre gut, es wirkt komplett authentisch. Ja, ich meine, ganz ehrlich, du kannst keinen Film 1932 im tiefsten Bayern spielen lassen und die sprechen Hochdeutsch. Das macht ja keinen Sinn. Und es hat auch was Uriges. Also ich für meinen Teil muss sagen, ich habe eigentlich keine Kommunikationsbesprechkeiten gehabt mit dem Film. Ich habe soweit alles verstanden, außer du willst mir jetzt sagen, dass Max Schmidts Rolle Buddhist war. Dann habe ich irgendwas komplett falsch interpretiert. Nee, das ist nicht. Also ja, es ist zum einen, dass es durchaus verständlich ist, aber man muss es halt auch mögen, einen anderen Dialekt als Film zu sehen. Also ich weiß von mir selber, ich habe auch Schwierigkeiten, wenn ich Filme oder Sachen anschaue, die einen anderen Dialekt haben. Braucht schon auch die Zeit, bis ich mich da reinfinde. Ja, aber man muss auch sagen, das ist ja auch nichts Komödiantisches dran. Also ich glaube, ich hätte auch Probleme gehabt, wenn sie jetzt sechseln würden, weil für mich ist sechseln, sechssächsisch so ein bisschen, so ein uregal schöner Dialekt, den ich aber auch immer so amüsant finde, ohne es jetzt böse zu meinen. Und ich finde, bayerisch ist schon, also wenn so ein richtiger Bayer so richtig so vom Leder zieht, dann hat das auch schon eine gewisse Gravitas. Von daher finde ich, passt das. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, dass es so eine Hürde für ihn ist, diese Sprachbarriere, aber es ist halt bayerisch. Es ist nicht sehr demokratisch. Also ich finde, das versteht man alles. Die Leute müssen auch mal ein bisschen gefordert werden. Ja, ein bisschen andere Kultur lernen. Genau, genau. Es gibt eine Sache, die noch im Raum steht, die wir noch gar nicht angesprochen haben, außer zu Beginn, und zwar, dass es ja eine Independent-Produktion ist. Ich meine, dass der Film unter anderem finanziert worden ist durch Crowdfunding und ich glaube auch, dass die deutsche Filmförderung da jetzt keinen, ja, keinen wirklichen Obolus drangelassen hat an dem Film. Aber hey, sie mussten ja wahrscheinlich zuletzt Chantal in Märchenland finanzieren. Danke dafür. Das heißt, es ist eine Independent-Produktion und das sieht man. Das muss man ganz klar sagen. Der Film sieht nicht schlecht aus. Versteht das bitte nicht falsch, aber man sieht einfach, dass der einfach mit einem geringen Budget entstanden ist. Das sieht man vor allem, wie ich finde, an den Bildern. Das wirkt alles nicht ganz so hochwertig und das meine ich auch wirklich nicht böse und ich nehme es dem Film nicht übel. Man merkt halt einfach, dass die nicht so viel Geld hatten. Ich finde aber, dass sie jeden Taler, jeden Pfennig, wirklich sehr, sehr gut genutzt haben. Die Maske sieht für so einen Film richtig gut aus. Die Beleuchtung sieht gut aus. Die Darsteller geben sich Mühe. Das ist wirklich ein Projekt, wo ich das Gefühl hatte, ja, jeder der Beteiligten hat da wirklich viel Arbeit und Herzblut reingesteckt. Und da ist es mir relativ egal, dass es jetzt visuell und vielleicht auch stilistisch nicht mit Hochglanzproduktionen mithalten kann. Denn vielleicht dieses Ruffe und Raue passt ja auch zur Geschichte, finde ich. Ja, ich finde, es ist schon auch mit einer gewissen Liebe zum Detail auch gemacht. Sie haben das schon versucht, so authentisch wie möglich zu machen. Schon allein einfach, also manchmal mit dem Licht, wenn es halt einfach damals kein elektrisches Licht gab, wenn es dunkel war, war es halt einfach stockfinster. Also da gab es halt kein elektrisches Licht oder irgendwie vom Fernseher oder vom Handy oder sonst irgendwas. Ja, Kostüme bin ich, wenn es nicht hundertprozentig ist, ich habe das so komplett in die 30er Jahre passt. Aber ja, also der nächstgeladene Dirndladen wurde natürlich gestürmt und geplündert. Aber wie gesagt, also man sieht es, aber irgendwie, finde ich, passt es aber dann auch wieder so zu der Zeit oder zu dem Film und zu dem Genre, das er halt verkörpern will. Also mich hat das nicht so sehr gestört. Ja, also bei den Kostümen, ich weiß schon, was du meinst. Ich hatte auch so manchmal das Gefühl so, das sieht irgendwie gerade ein bisschen zu neu aus, vielleicht auch ein bisschen zu sauber. Aber wie gesagt, das ist halt, ich weiß nicht, wie viel Budget sie hatten. Aber ich weiß nur, es war wahrscheinlich nicht genug. Und deswegen haben sie das Optimale rausgeholt. Also ich möchte mit solchen Filmen, auch wenn es so um solche Sachen geht, auch nicht zu hart ins Gericht gehen, weil das wäre unfair. Das wäre echt unfair. Und es wäre auch unfair zu sagen, der Film ist schlecht, weil die Kostüme nicht so gut sind. Aber die sind gut, aber die sehen halt einfach, sie sehen halt einfach ein bisschen zu neu aus, sagen wir es mal vielleicht so. Aber ich kann mich hier nur wiederholen, es ist halt einfach, also ein Film, wo ich echt Hochachtung vor habe. Und vor allem ist es auch ein Film, der mir auch wieder zeigt, so dieses, ja, dieses Klischee, dass wir ja deutsche hauptsächlich Filme über Nazis, die DDR und irgendwelche Proll-Komödie machen. Können wir auch. Das ist sogar sehr erfolgreich. Aber wir können auch Filme, wir können auch andere Filme, wir können auch vielleicht Genre. Und ich finde, dass Hundshut auch durchaus als Genre-Film ganz gut funktioniert. Definitiv. Also du hast sehr viel dabei. Wie du gesagt hast, manchmal auch so ein bisschen, ja, mystisch ist es zu viel gesagt, also ein bisschen unheimliches eben. Dann hast du natürlich so diese, schon auch die Klischees, und ich glaube, das gilt aber nicht nur für Bayern, dass man halt so früher, heute auf dem Dorf, war man halt eine eingeschworene Gesellschaft und Auswärtige waren halt immer eben außen vor. Zum Teil, glaube ich, gibt es ja das wahrscheinlich in manchen Bereichen heute noch so. Wären halt also Klischees mit, ja, ich erzähle dir was und am nächsten Tag weiß es das ganze Dorf und so. Aber, ja, ich glaube schon, dass es damals zur Zeit auch so gewesen ist. Also ich glaube jetzt nicht, dass da uns sehr viel Nonsens erzählt wird. Und, ja, ich fand den Film echt spannend und mitreißend und habe mich selber immer gefragt, was würde ich in der Situation machen? Und das, wenn ein Film schafft, hat er schon ein sehr großes Lob verdient. Ja, ein Kritikpunkt fällt mir noch ein. Ich möchte hier nicht zu, nicht zu positiv wirken, nicht mit Filmkritiker. Er ist zu lang. Das kann ich wirklich sagen, er ist mit über zwei Stunden, finde ich ihn wirklich zu lang. Aber da muss ich auch sagen, das ist ein Kritikpunkt, den ich gefühlt jetzt bei jedem zweiten Film anbringen kann. Daher ist es okay. Ja, das ist so ein Standard. Ja, der Film war übrigens zu lang. Naja, ich bin schon, also er hat wirklich ein bisschen seine Längen drin. Es gab auch so ein paar Szenen, vor allen Dingen an mit Christi den Neubau, wo ich mir gedacht habe, was hat diese Szene jetzt zu bedeuten? Ist das jetzt wirklich passiert oder ist das jetzt so ein Traum von ihr? Also, das habe ich nicht verstanden. Also da, wo die im Wald war, unter den Hund oder Wolf da gepflegt hat. Also ich habe es nicht verstanden, aber im Großen und Ganzen ist es für mich ein sehenswerter Film. Ja, kann ich auch nur so sagen und ich glaube, dann können wir gerne zum Fazit kommen und da mache ich meinen ersten Schritt und sage, wenn euch solche Stoffe liegen, wenn ihr Interesse habt, mal zu sehen, was das deutsche Independent Kino alles zu leisten imstande ist und wenn ihr das deutsche Independent Kino unterstützen wollt, dann guckt euch bitte und gerne Hundshut an. Wie gesagt, also wir haben mal recherchiert, also anscheinend ab dem 4.4. bundesweit in den Kinos, aber der ist auch so auf Kino-Tour, also seit Mitte März, natürlich erstmal nur in hauptsächlich in Bayern, aber ich habe gesehen, im April und im Mai ist er auch außerhalb von Bayern in den Kinos zu sehen und wie gesagt, ich glaube schon, das ist kein Film für jedermann, einfach weil halt eine Independent Produktion aussieht und da gibt es halt immer ein paar Sachen, die damit mit eingehen, aber ganz ehrlich, Hundshut ist ein richtig guter Film, der macht in Anführungszeichen Spaß, der ist auf jeden Fall eine Eintrittskarte wert und ich bin sehr gespannt, was die Macher als nächstes vorhaben und vielleicht bekommen sie beim nächsten Mal ja sowas wie Filmförderung, wäre ja vielleicht mal nicht schlecht, solche Projekte auch mal zu unterstützen, aber hey, ich meine, wenn du die Wahl hast zwischen Chantal im Märchenland und Hundshut, das ist natürlich klar, da musst du natürlich Chantal im Märchenland unterstützen. Ja. Also, vielen Dank an die Macher für diesen Film und auch dafür, dass wir ihn vorhaben sehen konnten, deswegen von mir nochmal ganz klar gesagt, Empfehlung. Theresia, wie ist es bei dir? Ja, ähnlich, also ich kann den Film auch empfehlen, würde mich freuen, wenn der nicht nur in Bayern Leute ins Kino zieht, sondern vielleicht auch etwas außerhalb. Wer sich nicht von dieser Sprachbarriere abschrecken lässt, glaube ich, wird es ja sehr gut unterhalten. Wie gesagt, das Thema ist keine leichte Kost, aber ich finde, die Darsteller, die große Anzahl der Darsteller, der bekannten Gesichter, die wirklich einen guten Job machen und auch die Bilder, die sie liefern, ist schon sehenswert, vor allen Dingen, wenn man, wie schon gesagt, wenn es ein Independent-Film ist, wurde hier mit wahrscheinlich kleinem Geld sehr viel, sehr Tolles gemacht und ich habe mich unterhalten bei dem Film, habe mitgelitten, mitgefiebert und würde mich freuen, wenn er doch den ein oder anderen Kinogänger ins Kino bekommt. Also von mir aus seht euch den Film sehr gerne an. Vielleicht lernen er noch ein paar bayerische Begriffe. Ja, ansonsten kann ich euch gerne noch unsere Eberhofer-Reihe empfehlen. Die Oma wird nicht geschubst, wo Katharina, Theresia und ich alle Eberhofer-Filme einzeln besprechen. Da kann ich euch sagen, da ist gute Laune garantiert, denn die Thematik ist nicht ganz so hart wie jetzt bei Hundswut. So, wenn ich schon mal bei Werbung bin, denkt dran, www.tele-stammtisch.de findet ihr alle unsere Podcasts, aber wir sind überall, wo es Podcasts gibt und Likes. Da könnt ihr uns also gerne auch ein Like da lassen, einen Kommentar oder eine Bewertung, natürlich eine positive Bewertung und dann zittet mir raus, wo ihr wohnt und holt den Hexenheimer raus. Das wollt ihr bestimmt nicht. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und Theresia, die Gebüte das letzte Wort. Servus. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.